ja Moin Leute und herzlich willkommen in so einem weiteren Video von mir heute eine Runde One in the Chamber also das Spiel wo man einen Pfeil bekommt einen Bogen mit einem Holzschwert und wenn man einen Typ mit dem Pfeil den Bogen trifft ist er sofort tot wie ich zum Beispiel und ja auf der Karte Portal meine Lieblingsmap mal so nebenbei angemerkt und ja ich wollte mich erstmal Deadnust oder? ich wollte mich erstmal für 50 Opponenten bedanken das ist erstmal richtig geil von euch so, hey den Töte nein dieser komische Typ der hat mir den Kill geklaut finde ich sehr freundlich sehr erfreundenswert Monsieur ich wollte mich erstmal für 50 Abonnenten bedanken ich bin so ein hochgepushter ja nee 50 Abonnenten richtig geil verruf mir nein oh wie kann ich nur so failen oh god damn nein bin ich wieder gestorben also 50 Abonnenten richtig richtig geil und der leckt weil ich kriege den Kill dazu ja nice ja ich habe ja gesagt ich wollte eine Mind War Montage machen aber ich kann leider nichts dafür denn Mind War kommt momentan nicht raus und das ist ziemlich scheiße und ja nein nein verdammt ja für alle die nie wissen was Mind War ist und zwar ist es ein TreenyModi wo es drei Teams gibt die jeweils 24 Leben hat und man muss versuchen alle Teams auszuschalten also bis noch ein Team war lebt ähm und ja das bockt total es ist wirklich ein richtig geiles Game aber es kommt leider nicht raus ich weiß zwar nicht wieso aber es ist so und deswegen muss ich ich muss sich das darauf beruhen oder was ist los so tot ähm ja wie gesagt töten wir da einen oder fehlen einfach nur da kommt der nächste der uns töten will oh mein Gott und wir sind natürlich die Leute die abgestorben werden wie man sieht ja nein ich wollte ihn gerade killen schade aber wenigstens habe ich 13 Kills naja ich hab ich bin nicht so mehr als so oft von der Tremmer komm nicht mal so oft dauernd zu hat dir das gesehen wie sich die Mensch ich bin der Babo von Hardo non sure oh den hab ich gut getroffen und ich habe gewonnen yeah also wie gesagt ich wollte mich nochmal bedanken für 50 Abonnenten richtig geil von euch und ich hoffe die Runde hat euch gefallen halbwegs und ja man sieht sich bis zum nächsten Mal tschüssi tschüssi